Liebe Sarah Machts, Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Weltbild-Kunden. Am Donnerstag, 23. Oktober, mache ich es als Buchhändlerin. Und zwar in der Weltbild-Filiale im Telecenter in Aarau. Ab 9 Uhr geht es los, bis etwa um 2 Uhr. Dort werde ich euch beraten in Sachen Bücher und Multimedia und gebe schon Tipps für Advent oder Geschenke Zeit und so. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr reinschaut. Und wer es nicht schafft, an diesem Tag vorbeizukommen, der sieht dann das ganze Resultat ab dem 5. Dezember im Fernsehen oder auf blick.ch oder auf YouTube oder auf saramax.tv oder auf Facebook oder wo auch immer. Ich könnte es nicht verpassen. Bis dann und tschüss.